Servus! Christian, hallo! Willkommen zurück zur Partymeile in Fall Guys mit dem guten Mandu! Hallo! Servus! Kommisch! Jetzt mal, wenn ich Anmeld mach, dann haben wir Partymeile! Ist komisch! Um das nachzuprüfen, müsst ihr alle die letzten Videos schauen! Mä? Aber, das tut mir ja sowieso! Ja, natürlich! Partymeile! Wir haben übrigens Tassimo-Brüder! Was auch immer! Wenn du mein Freund bist, bin ich deiner! Aber, Mandu! Wieso hast du auch so eine große Nase? Ja, weil die gleiche Mama kommt auch wie du! Was? Tassilo, Tassimo! Die zwei meine kennen sie, noch vor der Schulzeit oder so! Jetzt laufen sie sogar nebeneinander, ist okay! Ja, das ist ja der Wahnsinn! Wir im Kinokoten! Au! Klopp! Und wieder runter! Au! Und wieder rein in die Öschi! Bist du schon wieder drin? Ja! Hallo Mandu! Hallo! Oh no! Der Stand ist gut schlecht! Der Stand ist gut schlecht! Oh! Ich bin eingekommen! Oh! Ich bin drin im Loch! Er ist drin im Loch! Oh scheiße! Oh! Ich bin drin im Ziel! Als Vierter! Ich bin drin im Ziel als Zehnter! Oh! 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 Roll weg! Ich roll jetzt auch weg! Boah! Ich zeig mir auf. Ich will wenigstens rein, der wohl meine Witze lucht. Nein. Sonst hat es eh keinen Eiffel. Jetzt hat es auch voll gelassen können. Das stimmt. Aber du gibst mir da so gute Vorlagen. Der ist öfter nicht. Dafür bin ich ja da, Mandu. Mandu, warten Sie auf mich. Auf ihn? Nein. Aber sie sind meistens so ein Pro-Player, sie kommen immer zurück. Sie sind schlimmer als dieser Hamilton oder wie dieser heißt. Oh nein, wie bin ich da jetzt vorbeigesprungen? Oh nein, ich spring auf deinen Ohren drauf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Tja scheißteiler. Ich kann es gerade nicht. Ich kann es gerade nicht. Ich bin recht dumm. Ich bin recht dumm zum scheißen. Ich bin festgehalten worden, dass er nicht erster wird. Ich hasse diese Mechanik. Ich muss mich bitte aus dem Spiel entfernen. Soja, Mann. Da können wir sogar noch eine Propelle machen. Sprung Club. Oh, den haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ich will aber nicht in den Club. Warum nicht, Waddu? Ich will nach Hause gehen. Warum, Waddu? Ich will doch vorbei zum Club. Nein. Komm vorbei zum Club. Ja, aber wir haben Kekse. Okay. Okay. Okay, dann komm ich. Man, an meiner Seite kann dir nichts passieren. Man, du. Hallo, man, du. Bis jetzt ist es noch easy. Fällt da jetzt auch wieder was weg? Ich spekuliere gerade, was für ein Wichser, was das war, der, der mich aufgeworfen hat. Was für ein Wichser? Ja. Ich würde sagen, dann haben wir oft später zusammen. Da gehen wir an den Pausenhof mit Treten und Kicken. Mhm. Und so. Fallen da jetzt auch Leute einmal ein, oder? Tun wir das heute eh nicht? Nein, nein. Das tun wir heute nicht. Oh nein. So. Meinen du? Boah, das war knapp. Also das warst nicht du. Jo, da war ich dabei. Wie denken wir es? Es sah für mich kurz nach Meindu aus. Mhm. Ich hasse das in der Menge. In der Menge mag ich es auch nicht. Ich habe mich verschaut. Oh nein! Ja, ich habe es geschafft! Oh Gott, ich habe alles noch geredet. Was hast du eigentlich? Oh, leg mich doch alles am Arsch. Mhm. Tschau dich. Wir machen es mit Flugzeit. Ja, okay. Das kann gehen. Das ist ein Traumslück. Warum trau lüge? Du? Meinen du? Weil ich sogar mitgefahren war. Mitgefahren? Wo wartest du da gerne hingefahren? Ich war mitgeflogen. Achso. Was von der Seite stehe ich denn? Ich kann ja auch noch. Auf der Bällchen, auf der Dingsseite. Trommel. Wo ist das? Auf der Trommelseite. Ah. Und die andere Seite. Nein. Und dann bist du blockiert, dass du nirgendwo hinkommst. Ah. Alla. Ach. Geh sowieso. Pech kannst du gar nicht haben. Ach. Come on, du. Du. Ruhig. Immer mit der Ruhe. Ich bin die Ruhe gesetzt. Heute vom Flauterer fähren. Okay. So kann man auch von ihnen fallen. Das ist der neue Cheatcode. Ah. Schau doch gut aus. Ich würde sie... Na. Schau drüber. Oh ja. Ja. Freilich. Los um. Los um. Nur noch vier Leute. Bist aber gut dabei. Ja. Ja. Ah. Mein Herz. Okay. Ja. Was sind denn? Ich hab die Schnauzer jetzt schon voll. Ich bin so froh, dass ich nicht dabei bin. Denn das Feld ist so riesengroß. Ich lass los. Ich lass los. Ich lass los. Lass jetzt los. Ja, Mann, du bist ein wunderschönes Stilchen. So, jetzt konzentrier dich auf deinen Job. Was ist mein Job? Gewinnen. 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 Eigentlich mussten nur die anderen ergehen. Dafür ist Vollgas eigentlich da. Genau. Alle anderen festhalten, bis das so will fallen. Genau, das ist eigentlich der Plan. Mal schauen, ob ich ein Gefolge kriegen für die ganzen Formen. Oh, wieder. Die zwei sind übrigens schon ausgeschieden. Ich bin freiwillig schon aufgemacht. Achtung, in der Mitte ist offen. Ja, der Pool ist offen. Ja. Wir dürfen gerne einen Platz suchen, wo nicht viele Leute sind, aber das kannst du nicht kennen. Genau, auf der anderen Seite. Aber da gehen halt jetzt auch wieder alle hin. Du musst eigentlich so lange laufen, bis du irgendwann an einem Punkt angekommenst, wo du einigermaßen allein bist. Wenn dann die Leute vor dir stehen, das kotzt du dann falsch ab. Ich saue. Ja. 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 Position ist gut. Okay. Äh. Ja. War vielleicht... Ja. Ja. So risky. Schade. 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 Besonders, wenn es dann sechs, dass es drei Sekunden später vorbei ist. Ja, das ist so weit. Aber die hätten die eigentlich überlebt. Die haben noch mehr gehabt. Ja. Okay. Gut. Dann bedankt mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und ähm, vielleicht gewinnen wir ja irgendwo noch mal eine Runden voll, guys. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bis dahin. Na, mit dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.